heute magnet fischen an der kanalbrücke bei dettenheim liedolsheim und ich habe neuen magnet meine neue ausrüstung winterhandschuhe und der neue magnet von magnet an mal gucken was der packt die handschuhe gut mein lieber mann und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, hier der erste Wurf an der Brücke, naja, für das erste Mal nicht schlecht mit dem Magnet. Und nächster Versuch. Da fliegt der Magnet. Mal gucken, ob da was dranhängt. So, die erste Taufe des neuen Barbarian-Magnets. Hier ein Winkelstahlstück von der Brücke. Also, kann man lassen für die kurze Zeit. Der hat hier Mottbums. So, und ich gehe jetzt nochmal an die Stege beim Fischerheim. Und schaue ich mal nach, was der Magnet hier zutage fördert. So, ich bin jetzt hier mit dem neuen Magneten. Ich probiere nochmal hier, was abzufischen. Mal gucken, was rauskommt. Bleibt nochmal dran. So Leute, ich zeige euch mal, was der Magnet kann. Unglaublich, was der noch rauszieht. Obwohl ich da schon so oft war mit den anderen Magneten. Der ist so schwer. Der geht richtig in den Schlick rein. Bleibt nochmal dran. Ich zeige es euch mal. Unglaublich. Wieder einholen. Ich habe ihn eingeholt. Und was ist dran? Eine Schraube. Aus dem Schlamm raus. Ich bin immer noch gespannt, was noch zutage kommt. Gut. Mal gucken. Ich hoffe mal irgendwas rausziehen hier von den Fischern. Hier. Da ist was dran. Ja, da ist was dran. So ein Köder. Wieder was gefunden. Jedes Mal. Und mit dem Magnet sowieso. So meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Jede Küter, der im Baggersee gelegen hat. Der Magnet hat ihn gepackt.